Da wäre das gegnerische Tor, hier werde ich ausliegen. Du gehst, hopf. Zack. Er bricht ab mit Gursch und hat jetzt welche Möglichkeiten im Spiel? 4 oder 6. IV oder 6. Dafür musst du in welcher Stellung stehen? Offen. Offen. Und zwar vor der Ballinie oder hinter der Ballinie? Hinter der Ballinie. Hinter der Ballinie, okay? Und der Ball, wenn wir ihn quer spielen, wie spielen wir den? Scharf. Weil wenn wir quer spielen, haben wir was gelernt? Ohn? Kein Ballverlust. Wenn wir quer spielen, scharf, dass da keiner dazwischen gehen kann. In Ordnung? Das heißt, wir spielen scharf in die offene Stellung. Der nimmt den Ball mit links einmal mit, bricht ab und jetzt drehen wir das Ganze dann in die andere Richtung. Der Spieler hier unten, bitte Simon, spielt jetzt nicht direkt, sondern stoppt den Ball einmal, dass man was erkennen kann. Dass ein neuer Durchlauf beginnt mit einem neuen Richtungssitz.